Ein Mensch ist ein Mensch. Ein Mensch hat eine tolle Idee, wie sich ein Problem lösen lässt. Gemeinsam mit anderen startet er ein Projekt. Und es stellt sich heraus, die Idee funktioniert. Der Projektmacher erzählt vielen Leuten von dieser sozialen Innovation. Die Leute sind begeistert und starten an ihrem Ort ein ganz ähnliches Projekt. Und auch sie erzählen vielen Leuten davon. Das Projekt verbreitet sich immer weiter. Ah, das verstehe ich jetzt. Aber wieso Camp? Muss ich da mein Zelt mitbringen? Nein, wir zelten nicht. Das ist ein Barcamp und funktioniert so. Bei einem Barcamp gibt es nicht eine Person, die vorträgt und alle anderen hören zu. Bei einem Barcamp machen alle mit. Musik